Hi liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem wunderbaren nächsten Video. Heute machen wir etwas, was so oft angefragt wurde. Aber zuerst, mein Name ist Alex Hamelschmidt, ich bin der Gründer von Hardboot.io. Wir managen und hosten Mautic für dich, beziehungsweise für Leute, die sich diesen ganzen Headache-Stuff nicht antun wollen, einen Hoster aufzubauen, bla 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 bla, und das alles selbst zu machen. Für dich ist das genau das Richtige. Also, Link unten in der Description. Aber heute schauen wir uns was mega Wichtiges an. Kampagnen und so weiter, das versteht man alles relativ flott, ziemlich bald. Aber wie kann ich eine einzelne E-Mail verschicken? Und dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Es gibt eben die E-Mail, die du direkt an einen Kunden senden kannst. Das ist super easy, das schauen wir uns an in diesem Video. Und dann natürlich, wie du einen Newsletter verschickst. So, damit du eigene E-Mails an Einzelpersonen versenden kannst, das ist mega, mega easy, mega, mega cool und super praktisch. Du kannst hier auf deine Kontakte klicken und dann hier den Filter rausgeben oder den oder diejenige suchen, dem du gerne was schicken möchtest und dann einfach auf den Kontakt und dann kannst du hier auf E-Mail senden, was natürlich mega praktisch ist. Also, du kannst hier den Absendenamen hineingeben und dann auch sagen, von wem die E-Mail kommt und natürlich den Betreff und so weiter und so fort. Oder aber du benutzt eine E-Mail, die du schon vorgeschrieben hast. Zum Beispiel hier, Template E-Mail Nummer 1, bla bla bla. Und dann kannst du einfach diese E-Mail direkt versenden. Also, es ist sehr, sehr praktisch, das zu verwenden. Es wird dann hier auch der Betreff und alles eingefügt und dann kannst du deine E-Mail absenden. So, so easy und schnell schickst du einzelne E-Mail an einzelne Leute. Also, hier kam jetzt auch von Hartmut Support, also von mir, diese E-Mail direkt raus mit der ganzen Signatur und so weiter. So, genau. Im Grunde gibt es dazu nicht mehr zu sagen. Falls dir das Video gefallen hat, lass uns ein Like da beziehungsweise abonniere diesen Channel, falls du ihn noch nicht abonniert hast. Wie kann denn das passieren? Und klick auf die Notification-Bell, damit du eine Message bekommst, wenn das nächste Video hochgeladen ist. Wenn es wieder heißt, Mautik, 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 noch mehr Stuff lernen, um deine Kunden noch besser mit Infos versorgen zu können und natürlich letzten Endes auch mehr zu verdienen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.